Oh, der Vorteil ist abgeflohen. Ja, jetzt mit Berekabeln und Motos, ja. Ist gut, weiter geht's. Ja, was haben wir freut sich? Fischka, was wissen wir? Ja, die treust du mir. Wieso bin ich gecrashed? Ich bin doch recht so, wenn man selber reingetuckert. Ich bin jetzt so. 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 Ach nee, ist dich dein Ernst, der verfehlt? Willst du mich verarschen? Nooo! Mann! Moin! Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. So. Aber es gibt hier den netten Gummiband-Effekt im Spiel. Deswegen kann man ja gar nicht wegziehen. Ich bin jetzt so. Und ich bin jetzt so. Ich bin jetzt so. Das ist schon wieder ein Star-Spieler davor, das ist nicht dein Ernst. Nee, die fahren hier keine anderen Gegner mit, die muss man sich hier nicht umkümmern. Ey. Ich hab schon kein Bock mehr auf den Jaguar, weil der zieht sehr gut mit. Sack. Irgendwer muss sich ja wohl treffen, den wir drängen. Oh, take down. Ups. Ups. Okay, jetzt ist aber kein Leider-Länder mehr, das ist nicht so gut, weil jetzt kommt der scheiß Jaguar. Alter, ich bin ja auch der einzige Fahrer hier im Feld, ey, man. Ey. Ja, das ist mir auch noch hinten. Geh weg. Boah. Ey, es kommt einem echt so vor, so ist er der einzige Raser, der hier überhaupt gefährlich ist, muss kommen. Ich geh noch einen mit, ey. Ja, mir auch noch, ey. Ich bin ja... Ich bin ja der Ramburg. Ich bin ja der Ramburg. Geh weg. Wir sind nicht lang, weil... das ist ein Richtig. Ich bin ja der Rang. Ja. Ich blöde. Ich bin ja der Rang. Ey, Jungs, das ist nicht euer Ernst, ne? Es gibt es nicht, dieser scheiß Kopf! Wie gesagt, ich werde die Rennen nochmal offscreen fahren. Ich fahre die jetzt hier nicht nochmal für euch noch ein drittes Mal, ey. Oh! Kümmern wir uns um ein anderes Rennen. Wir müssen uns abregen. Ich fahre keine Opposite heute mehr, ey. Hetzjaggler, genau. Das ist genauso scheiße, Duell. Ich fahre ein einfaches Duell, ey. Boah, diese Kopf, das nervt doch echt nur. Man ist so klar, da rammt der einen einen weg und dann sind die Gegner vorbei, weil um die wird ja sich gekümmert. Aber können doch Porsche und, ach, Porsche gegen Audi, das Duell. Ich finde das extrem mies nebenbei gesagt, die, ey, na gut. Wenn ihr auf, sagen wir mal, Gumi-Wand-Effekt steht, dann macht das ruhig, aber nicht mit mir, ey. Mann. Wie gesagt, ich werde das nochmal offscreen fahren. Ich will das LP nicht unendlich in die Länge ziehen, nur wegen meinem dummen F... Okay, ich bin jetzt nicht unbedingt schlecht gefahren. Das ist... Wie dieser dumme Gumi-Wand-Effekt, der immer einsetzt. Ey, oh, Mann. Das regt nur noch auf. Ja, komm, mach hin. Dekadene, wir wissen jetzt, komm, den Porsche. Machen wir das Wissen mal. Gut, noch schöne Musik. Perfekt. Geile Wettereffekte, die ich überhaupt nicht mehr sehe. Perfekt, danke. Das andere Controller hört die Eif ab, sie sollten hören, wie cool ich mit dem Gas spiele. Aber so, hier haben wir es ein bisschen besser drauf. Immer denke ich dann voll an die Hauptpressiv. Ich will vielleicht die nochmal neu fahren, einfach offscreen. Ich will mal raus, wenn wir vielleicht später nochmal fahren, aber man kann das nicht noch mal. Die jetzt alle offscreen fahren oder nicht, das gucke ich mir nochmal durch. Weil wir wollen hier alles am Ende Gold haben. Ich weiß gar nicht, ob wir auch wollen, wenn wir nochmal Bronze haben, nicht mehr Löcher haben. Aber ich will eigentlich alle Gold haben. So, hier ist super geil. Wäre natürlich nie auf den höchsten Rang gekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen, weil es ein Metroid-Gamer gesehen hat. Oder ein Metroid-Gamer, aber es ist mir doch egal. Auf jeden Fall, ey, Hotpursuit auch hat dreht. Und da habe ich gesehen, am Ende ist es auf jeden Fall nicht Stufe 20, wenn man die Ränder gewonnen hat. Da muss man dann noch ein bisschen extra fahren. Aber heißt nicht, dass man nicht alle Autos frei hat oder so bisher. Das ist nicht mein Ziel, Stufe 20 zu erreichen. Das ist einfach nur, dass ich es erreicht habe, alle Autos frei zu haben und das Spiel durchzuspielen. Heißt also nicht Stufe 20, sondern alle Rennen eigentlich zu gewinnen. Wenn es so weitergeht, habe ich da keinen Bock mehr zu. Ich versuche aber zu gewinnen. So. Oh, Scherk, zieh mal bitte nicht so weg. Hallo. Ich weiß, wie sind das Rennen schon in der Tray gefahren, ist mir klar. Das weiß ich noch, ob ich beschwertes Unfall wäre, den Porsche gegen den Audi antreten zu lassen. Hi Porsche. Das ist die Unfall in Audi hier in den Porsche antreten zu lassen. Ja, ich bin der Antwort. Och, ey, Aufnahmeprogramm, warum Lex Luggezweck? Es gibt kein brutales Stabgerät zu bekommen. Nein, nein. Böser Vorschein. Nein, nein. Wenn er jetzt hier wieder auf den letzten drei Kilometer sonst wie wegzieht, dann ist das Spiel so langsam nicht das beschissenste Spiel, was ich jetzt playe. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber es ist wirklich so, weil es... Motivation ist was anderes. Das muss jetzt einfach mal eine Stabilität damit aufzuwägen. Nee, 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 nee.